Heute steht eine neue Folge unserer Rubrik 3 Fragen an auf dem Programm. Wir unterhalten uns mit Frank Pohl, Leiter der Abteilung Bildung, Sportpraxis, Breitensport im Sportbund Rheinland. Und Thema soll das Lehrkräftetreffen sein. Das Ansehen und die Anerkennung der Übungsleiterinnen und Übungsleiter hängen in hohem Maße von deren Fachwissen und Sozialkompetenz ab. Und deshalb organisiert der Sportbund Rheinland in regelmäßigen Abständen eben Treffen mit seinen Lehrkräften, die in den Aus- und Fortbildungen im Einsatz sind. Frank, seit wann gibt es diese Treffen? Das hast du schon angedeutet. Es ist in unregelmäßigen Abständen bisher passiert. Wir wollen das als dauerhafte Einrichtung installieren beim Sportbund Rheinland. Deshalb wird im Oktober der erste Aufschlag sein. Im nächsten Jahr werden diese Veranstaltung oder die eine Veranstaltung auf jeden Fall fortgeführt. Vielleicht mit einem anderen Teilnehmerkreis. Weil der Teilnehmerkreis, den wir uns jetzt eingeladen haben, sind nur die Ausbilder von C und B-Lizenz, die also für uns tätig sind oder auch tätig sein wollen. Was sind die Ziele dieser Treffen? Wir wollen zuallererst die Philosophie, die Bildungsphilosophie des Sportbundes Rheinland vermitteln, dass die Teilnehmenden das auch dann mittragen, also in sich das aufnehmen und sagen, jawohl, in diese Richtung wollen wir weiterarbeiten. Zum Zweiten wollen wir natürlich auch, dass unsere Lehrkräfte eine bessere Methodenkompetenz erhalten. Das heißt, wir werden also auch in der Richtung etwas vorstellen. Der dritte Punkt ist das Thema Digitalisierung. Auch da wollen wir, dass die Teilnehmer, die Lehrkräfte, diese Möglichkeiten, die wir denen dann vorstellen im E-Learning-Bereich, Webinar und Bandit Learning, erfahren und auch da wieder mittragen. Und der vierte Punkt, das ist fast ganz normal, wenn man sich irgendwo trifft, ist natürlich auch der Austausch ein wichtiges Thema. Also Sie sollen sich auch untereinander austauschen und sich mit uns austauschen, dass man auch übereinander lernen kann. Und jetzt schauen wir genau in das Treffen noch rein. Was sind die Inhalte, die die Teilnehmer dort erwarten können an dem Abend? Ich habe es schon angedeutet, also auf jeden Fall werden wir informieren über die Philosophie der Bildungsarbeit hier beim Sportbund Rheinland. Wir werden das Thema Digitalisierung aufnehmen. Das heißt, wir werden wirklich Blended Learning auch dann vorstellen anhand der Praxis. Und dann wollen wir auch von den Lehrkräften erfahren, in welchen Themen sie arbeiten wollen, auch vielleicht für uns in Zukunft. Und das vierte, der vierte große Bereich, welche Bedingungen haben sie eigentlich oder welche Forderungen haben sie an uns, um ihre Arbeit entsprechend ausführen zu können? Ja, und das wollen wir versuchen, in dreieinhalb Stunden alles dann zu schaffen. Das waren unsere drei Fragen an Frank Pohl, den Leiter der Abteilung Bildung, Sportpraxis, Breitensport im Sportbund Rheinland. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's.